Das ist eine Straße unten. Genau da an dem Foto haben wir einen Abzug. Wenn Sie jetzt sicher angucken, an den Tunnel. Ich glaube, das ist ein bisschen. Nicht darüber, woran geht es, aber lassen Sie sich arbeiten, denn da wird es... ...aufgeholt von vorne. Jetzt tun Sie nichts mehr. Ich kann jetzt irgendwas riechen. Das ist das weiter. Genau da war mein Abzug. Jetzt arbeiten Sie. Pass auf, Sie sind die Kunde auf. Jaa, Sofie! 3